Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Get Rich oder Nichts. Heute mit einer Sonderfolge. Der Denny ist leider noch ein bisschen unterwegs und hat ein bisschen viel zu tun, weswegen ich heute eine Special-Folge aufnehme. Zwischen der Staffel, die gerade geendet ist, und der neuen Staffel, die nächste Woche kommt. Wir wollen natürlich irgendwas Besonderes aufmachen in der nächsten Staffel, besonders zum Staffelauftakt. Aber in der Zwischenzeit machen wir einfach das, was ich am besten kann, One Piece Sachen aufmachen. Der Lukas ist hinter der Kamera. Hi. Wir machen ein Display OP7 auf. Das habe ich mir am Pre-Release geschnappt letzten Samstag und darf es dann heute aufmachen mit dem lieben Lukas. Wir gucken, was wir aus einem Display so rausziehen können. Bedeutet, die Folge heute ist einfach eine kleine Sonderfolge, hat nichts mit Get Rich. Also klar ist es Get Rich, aber es hat nichts mit der neuen Staffel zu tun. Wir starten also nächste Woche mit einem frischen Geldbetrag. Heute ist es einfach 120 Euro fürs Display und wir gucken, was wir daraus machen können. Vielleicht 600, 700, wenn wir in die Boa ziehen. Vielleicht 20 Euro, wenn wir schlecht ziehen. Zehn mal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Get Rich oder nicht. Ob wir Millionäre werden oder nicht, seht ihr? In seinem wunderschönen Gesicht. Bis gleich. Bis gleich. Wir haben ein wunderschönes Display OP 07. Ja, es ist OP 07. Was sind die Chase-Karten? Natürlich sind die Leader sehr beliebt. Es gibt wieder eine Treasure Rare mit Law. Der sieht sehr cool aus. Aber ich sage es dir, wie es ist. In so Dingern gibt es Manga-Rares. Die heißen Manga-Rares, weil die Karte steht und im Hintergrund sind so Manga-Panels. Hast du schon mal Manga gelesen? Ich habe so ein Zoo-Fee gemacht. Für jemanden? Ja, ja. Für jemanden. Nicht für dich selbst? Nee. Ich bin nicht so rund, wie ich so mache. Okay, mach dich mal ein bisschen lauter noch. Ach so, ja. Kannst du auch ein bisschen enthusiastischer sein? Yes, yes. Mein Stuhl ist verdammt nicht voll oben gefühlt. Sollen wir uns tauschen? Nee, nee, das müssen wir ja. Ich muss erst mal hier. Jetzt, oh mein Gott. Jetzt bist du groß. Wir machen es einfach. Linke Seite für mich, rechte Seite für dich. Yes, rechts. Ich wollte sagen rechts gewinnen, aber. Das kann man jetzt halt auch wieder so und so sehen. Wir haben ein wunderschönes Display. Ich bin gespannt, wie du die Packs aufmachst. Wenn du es nicht hinkriegst, nimm die Schere. Ja, ich hätte eigentlich so normal gesagt. So, wir zoomen noch ein bisschen, Ryan. Yes. Nee, das ist falsch. Abwechselnd. Yes, fang du an. Ladies first. Und wir starten mit einer 1-Million-Euro-Karte. Ich sehe es doch jetzt schon glitzern. Die ist bestimmt 1-Million-Euro-Wert. Ich beginne noch ein bisschen. Also. Gekko Moria. Scratchman Apu. Bucket. Edison. Tony Tony Chopper. Dracul Mihawk. Island of Women. Slow Slow Beam. Masked Deuce. Karibu. Und immer die letzten 2 Karten sind halt Rares. Oder was Besseres. Also immer ganz hinten sind halt, sag ich mal, die guten Sagen. Wir haben hier ein Urouge. Und wir starten direkt mit einer Super-Rare-San. Wie nett schlecht. Meta-Staple für mehrere Leader-Decks. Gibt, glaube ich, 6 Euro. Ihr seht es ja jetzt eingeblendet. Aber 6 Euro, 6 Euro. Ja. Machen wir auf die Seite. Muss ich jetzt einfach ganz normal. Nee, nee. So kannst du es nicht aufmachen. Du musst das so runterziehen. In einem Rutsch. Ich habe Angst, dass ich die Kanten jetzt... Deswegen sag ich dir, du kannst auch gerne mit Schere. Wenn das für dich einverhör ist. Weil das sieht ein bisschen painful aus. Das sieht echt falsch aus. Aber man sieht es zum Glück nicht. Ja, das... Achso. Ja, gut. Das Pack wird ein bisschen misshandelt. Ja, ja. Mach das. Ich sagte. Von Pokémon und überall. Weil man kann das halt wirklich so... Wenn man gewohnt ist, geht das sehr gut. Ich lege es mal auf die Seite. Ja, ich habe... Wie gesagt. Also das Pack wird ein bisschen... Nee, es sieht gut aus so eigentlich. Was sagst du? Das ist schon witzig. Bist du der Gewinner jetzt? Ja. Ich habe auch bei denen die große Klubbüge aufgeregt verloren. Ah, ich habe das Video gesehen mit dem Delfin, ne? Mit diesen Delfin-Boxen. So, wir haben Gizmonda. Edison. Vega Falls. So, so eine Sache ist immer richtig schief bei mir. Boah, Marigold. Egghead. Koribu. Khalifa. Gina. Hotori. Und jetzt kommen sie, gell? Nee. Danach. Julie Boni. Ein Leader, ja. Aber ein normaler Leader. Sie sind ein Alter-Advent zum Beispiel sehr schön. Galaxy Wing. Das sind die letzten zwei. Ja, aber das ist schon mal gut. Und ein Frankie. Frankie ist nice, wenn man Vegapunk spielen will. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welches Deck ihr aus der neuen Reihe probieren wollt. Ich weiß, dass sehr viele Bonny spielen werden. Vegapunk wird es auch ein paar geben bei uns in der Local. Ich werde auch Vegapunk spielen. Ich finde das Deck sehr witzig. Ja, wir fangen an mit Baskerville. Der hat einfach drei Köpfe. Bruh. Imagine. Du arguierst mit so einem. Der hat einfach drei Köpfe. Ja, Mann. Das ist irgendwie sauer komisch. Ich denke, ich gehöre es jetzt zu laut an, wenn ich so laut habe. Nein, nein, nein. Du darfst so laut sein, wie du willst. Slave Arrow. Karibu. Wir haben Baccarat. Into. Oh, hä? Back-to-back Super-Rares bei mir. Boah Hancock. Das ist auch die Manga-Rare. Also wir können sie so ziehen. In Altart. Oder halt als Manga-Rare. Manga-Rare wäre aktueller Stand so 700 Euro. Wird schmecken, oder? Ja. Das wäre schon ziemlich geil. Baccarat, Smack-to-Rares. Wir halten. Boah Hancock. Übung. Und jetzt Einzug. Wieder einzuschießen. Das ist jetzt bei jedem Packersuchen so. Ja, ja. Übung macht den Meister. Das musst du so runterschütteln und dann einfach so in einem Rutsch. Ja, das war der Fehler, glaube ich. Ja, die machen das aber auch oft so. Dass sie das jetzt so wieder so reinstecken können. Mhm. Was soll ich jetzt gerade? The Blue Jam. Also, Blue Jam. Blue Jam ist aber rot. Gizmonda. Dugara und Magura. Maha. Aladdin. Das ist doch Aladin, oder? Ja, ja, klar. The Aladin. Deez oder Deez? Deez. Der Deez. Keine Ahnung. Island of Women. Shave. Rasin. Salom. Hamburg. Crazy. Wie die Stadt. Crazy. Outlook. Der Dritte. Dritte. Ne, Margarete. Achso, das war's schon. Margarete. Margarete. Ich muss noch ein bisschen klarkommen. Hast du One Piece noch nie geguckt oder so? Gar nichts? War nichts? Das ist auch ein Null-Anime so. Gar nichts, gar nichts. Einerziehungsweise Demon Slayer ist cool. Okay, Demon Slayer, okay. Demon Slayer. Und dann, ich hab irgendwas Neues angefangen, aber ich weiß gar nicht, wie es heißt. Kommo. Papak. Der chillt auch seine Basis. Ja. Was wollte ich noch sagen? Genau, wenn ihr Ideen habt, ja, Ideen, Vorschläge, irgendwelche coolen Sachen für die neue Staffel Get Rich oder nicht, die nächste Woche startet Curly Dark. Oh, oh, das ist eine Altart. Aber was? Schade. Ist das, die Boa einkommen? Oh mein Gott. Als Altart. Okay, die ist schön. Hätte die Manga sein können. Ja, stimmt. Sag ehrlich, würdest du daten? Ich hab wohl, okay. Ich kann doch jetzt halt hier so Sachen sagen. Wir packen die in den Sleeve. Ich schätze mal 20, 30 Euro, ich weiß nicht. Ich mag das Herz. Ja, das sieht schon geil aus. Das sieht schon cool aus. Ja, du könntest auch mal was ziehen, ne? Ja, könnte ich, aber... Willst du nicht? Vergessen, so zu spielen. Du sagst Demon Slayer hast du geschaut? Ja. Immerhin etwas. Fandst du gut? Saugeil. Ich bin ja nicht fertig, ich bin ja auf Netflix, guck ich. Beziehungsweise Crunchyroll heißt es, gell? Crunchyroll ist für Animes, genau. Ja, Crunchyroll haben wir, oder hol ich mir wahrscheinlich. Ist ja jetzt auch nicht das. Gammelt doch bei jemandem. Macht doch jeder. Ja, stimmt auch wieder. Papa will ja auch gucken. Das finde ich auch lustig, dass der Ramon tatsächlich so gerne Demon Slayer guckt. Ja, wir sind da geisteskrank. Dass das so euer Ding ist. Ja, ja. Aber wenn euch Demon Slayer gefallen, dann würde euch zum Beispiel One Piece auch super gut gefallen. Bin ich mir ziemlich sicher. So. Futsa. Monda. Jinbe. Äh, Jinbe. 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 Papak. Boar. Morgans. York. Snakedance. Corona. Corona Zorro. Das ist der Zorro, Mann. Den muss man kennen. Ja, Zorro kenne ich. Okay. Achso, ich habe jetzt aber nur Corona vorgelebt. Ähm, Pythagoras. Den kennen wir auch von Schule. Oh, ja. Schule. Tempest Kick. Wird da was Gutes? Oh, der weint. Wie traurig der ist. Ähm, damit es so ein bisschen flotter geht. Ich möchte dich gar nicht stressen, aber mach dein Pack schon auf. Hahaha. Wir haben bisher eine Altart. In diesem Set ist es wieder so, dass man zwei oder drei ziehen kann. Also, ich habe Displays gesehen mit zwei Hits. Ich habe aber auch Displays gesehen mit Dry Hits. Dry Hit Display wäre natürlich cooler. Gerade, weil wir ja versuchen, einen guten Return zu haben. Ein bisschen Kohle zurückzukriegen. Das wäre schon mal ganz nice. Shaka, Nico Robin, auch ganz viel Lucy. Ganz, ganz viel, was ich für das Ding-Deck brauche, für das Vegapunk-Deck. Das ist cool. So. Sind wir mal gespannt, ob es drei oder zwei Hits werden. Jetzt, oh, so eine Bonnie wäre auch cool. Tony. Äh, Tonjit. Also, Tony. Das sehe ich. Wieder Jinbi. The Tony. Paul Jemmy. Megaton. Hickless. Iron Buddy. Windsmoke. Joseph. Bartolomeo. The Bartolomeo. Ich habe Badotelli gelesen. The Badotelli könnte auch sein. Bigban. Kaku. Oh, Basil Hawkins ist cool. Sehr, sehr coole Super-Rare. Braucht man für das Bonnie-Deck. Also, auch eine der guten Super-Rares, die man hier in einem Set hitten kann. Kannst du, so was, ich gebe dir mal ein paar Hüllen noch, damit du alles gechoppert hast. Juuu. Wir machen weiter mit Maha. Äh, Sterry. Wir haben den Edward Weevil. Monda. Alter, die Artworks finde ich halt wieder cool. Aber ein paar von den Artworks, da denke ich mir auch so, äh, okay. Der Chopper ist extrem süß. Da ist es halt Chopper. Shave. More Pizza. Und wen sieht man? Das ist die Bonnie. Die, äh, isst den ganzen Tag. Oh, wie ich. Du auch? Ja, schon ziemlich. Tony, Tony, Chopper into die Carina. Okay. Das Karinchen. Haben wir denn noch? Drei, vier, fünf, sechs. Oh, fast die Hälfte durch. Sterry. Kapote. Vegaforce. Ferndarm. Ich weiß nicht, wie ich weiß. Ich weiß nicht, wie ich weiß. Winsmoke. Jakun. Wieder Hamburg. Monkey, die Luffy. Den kenn ich auch. Den kenn ich auch, ja. Durch seinen Vater. Monkey, die Dragon. Ein. Dämonik, Aura, Nein, Sword, Style und so weiter. Mhm. Und ich sehe gerade, du hast, ah, schön, du hast es Don gezogen. Das in dem Set finde ich sausau nice. Du hast zwei davon im Display. Ja. Ähm, das ist quasi deine Ressource. Also du hast ja zehn davon in deinem Side-Deck, so, die du dann jede Runde plus zwei dazu trägst. Check, check. Und damit beschwerst du dann dein Stuff. Wenn da jetzt in fünf steht, musst du halt fünf Don tappen. Also wie gesagt, falls ihr euch das Spiel, ach du Scheiße, falls ihr euch das Spiel noch nicht angeschaut habt, ja. Das Spiel namens, Herr der Ringe, mein Gott. Äh, das Spiel namens One Piece. Schaut es euch gerne an. Wir haben Locals, jeden Mittwoch und jeden Samstag. Mittwochs um 19 Uhr. Samstag starten sie schon um 11 Uhr. Macht viel Spaß. Ja. Ähm. Ähm, ja, schaut gerne mal rein. The Big One. The Bartholomew. Demonic Aura. Nine Sword. Irgendwas. Und das ist, boah, the Porsche. Porsche Cayman S. Porsche Cayman S. Kommt in die WhatsApp-Gruppe. Kommt in die WhatsApp-Gruppe. Da könnt ihr auch vielleicht ein Porsche gewinnen bei uns. Das ist auch nice. Wenn man sagt, man macht ein Porsche-Gewinnspiel für seinen YouTube-Kanal und dann gewinnt jemand. Am besten aber einer von uns da, ne? Oh, das wäre doppelt intelligent, ja. Edward Weerle. Vinsmoke. Die Rage. Edison. Boar Marigold. Pickles. Aladin. Koribu. Islander Woman. Donksy Xode. Donkey Shot. Donkey Shot. Du Flamingo. Dragon Brief. Podcast. Da. Die Ace. Also wenn da so ein Buchstabe nur ist mit Punkt, ist es immer die. 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 Die Luffy. Die Luffy, okay. Und Fischerteiger. Also deine rechte Seite scheint irgendwie, die ist ein bisschen, also die erste Hälfte war auf jeden Fall wack. Wir schauen, dass die zweite Hälfte ein bisschen besser ist. Und wir starten direkt mit dem Papak. Also so würde ich auch gerne Urlaub machen. Oh, ich habe es geschafft. Nice. Offen. Take off. The Pickles. Eggheads. Morgans. Salome. Rob Lucci. Wir haben Kaku und wir haben Outlook, der Drittel. Der sieht auch so fancy aus, wie so der Monopoly-Mann. Stimmt. Beskerville. Gizmonda. Usopp. Jinbi. Carmich. Rikrasahel. York. Or. Mr. Tanaka. Die Karte auch so hält. Slow-Slow-Beam. Monkey D. Monkey D. Luffy. Und Urush. Und Urush. Okay, deine Hälfte ist ja wirklich. Wir haben wirklich einfach nur halbiert. Deine letzten Packs müssen eigentlich gut sein. Hoffe ich jedenfalls. Edward Weevil. Wir haben ja keine Wette gemacht. Wir können noch eine Wette machen. Nee, du hast ja jetzt schon gemacht. Achso, dann machen wir ab jetzt. Ab jetzt. Ab jetzt. Okay, Khalifa. Was ist denn hier? Ich starte nicht so. Ich habe Vorbereitung eigentlich. Ja, ein Apfel ist auch Mittag. Und ich starte direkt mit einer Super-Rare. Monkey D. Dragon, der Vater von Ruffy. Schöne Karte. Als Super-Rare. Ich starte also schon mal mit einer Super-Rare. Mal gucken, ob du hier was haben kannst. Nee. Hormelisch. Degura. Vescavil. Porcemi. Einfach immer ins Gesicht vom Battle-Bären. Boah. Ah! Rennen of Women. Dice. York. New York. Mars. Gecko. Der hat nur Nacken trainiert. Guck, Hals und Nacken hast du gesehen. Der hier? Stieren eigentlich. Naja. Corona Zorro. Monkey Duffy. Du hasch was. Was ist es? Boah. Ducey. Okay. Aber Super-Rare. Du hast den Super-Rare gezogen. Das heißt 1-1 aktuell. 1-1. Wir haben ja mittendrin erst angefangen. So, die ganzen anderen Super-Rares und so. Die Alter, die ich gezogen habe, zählen jetzt einfach nicht. Das ist egal. Wir sind in einem neuen Battle. Wir haben den Monda. Starry. Capote. Sanji. Quasar. Quasar Help. Dann haben wir Karmic Punishment. Snake Dance. Den Rorona Zorro. Captain John. Moda. Marguerite. Und Baccarat. Ist das nicht auch ein Spiel? Baccarat? So ein Kartenspiel, oder? Er hat wieder mit dem Peck gestruggelt. Gecko. Yes. Jim Beam. Jim Beam. Ich muss immer Jim Beam. Also ich kann nicht Jim Bees. Aber Jim Beam. Buckin. Blue Jam. Megaton. Egghead. Dracul. Dracul. Ich lese eigentlich nicht, wenn ich das will. Ach, dass es schneller geht. Okay. Mihawk. Mihawk. Gloruss. Junge. Glorussia. Immer noch bald. Borussia, Mönchengladbach. Das ist es. Hattori. Mhm. Foxy. Sieht schon mal wild aus. Der ist auch wild. Galaxy Wing. Und Blaze. Nice. Okay, wir sind immer noch 1-1. Jeder von uns hat eine Super-Rail gezogen. Irgendwie sieht das Display nicht so toll aus. Wir gucken. Wir sind nämlich bei den letzten drei Packs. Also das ist mein vorverletztes Pack. Ja. Speedy Consales. Wir haben den Portumy. Boa Marigold. York. Iron Body. Der Aladdin. Pythagoras. Das ist Pythagoras wichtig, wichtig. Vegapunk. Nice, dass er das Deck da spielen will. Portgas. Die Ace. Und Foxy. Ich glaube, ich würde mich tatsächlich am meisten, auch wenn es nicht Value-mäßig der teuerste Leader ist, würde ich mich über Foxy, äh, über Foxy, über den, den Vegapunk freuen. Weil das Deck möchte ich wirklich ausprobieren. Das sieht sehr witzig aus. Jetzt muss ich mal mit Chirry kriege ich sein. Okay. Okay. Wir machen weiter. Kapote. Putsa. Scratchman Apo. Der Apo. Apo. Apo, R-E-D. Apo, R-E-D. Der ist im Insie-Modus. Vince, Morgue, Sanji. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen im Insie-Modus. Der ist im Insie. Don, Seahogs, Dauflamingo. Don, T-Dauflamingo. Dauflamingo. Don, T-Dauflamingo. Das ist ja nach mir. Das ist ja einfach noch Deutschkurs. Dina. Boah, Hancock. Okay. Tony, Chopper. Otama. Otama. Ah, nochmal. Du hast zwei, du hast zwei Dons in deinem Ding gehabt. Okay. Vorletztes Pack bei mir. Ja, also langsam muss ich sagen, ja, wir haben eine Boar gezogen, das war schön, aber ein bisschen, eh. Okay, das Pack ging jetzt auch super schlecht auf. Wir haben den Jim Beam, ja, Jim Beam haben wir, Edward Weevil, Blue Jam, Dracul Mihawk, Megaton Nine-Tail Rush, Khalifa, Karmic Punishment, Bartholomeo, The Shugger, Slave Arrow, into Curly Dadan und eine Super Rare, Jim Beam. Okay, jetzt werde ich ein bisschen, ich werde nervös. Zeig ich dir, wie es ist. Ich auch. Mensch, mehr Hand und Display mit nur N. Dann verklag ich, dann rufe ich bei Bandai an. Sterry? Du wirst nicht mal, wer du bist, wer in der Band gehen. Gismondor. Buckin, Spendam, Koala, Rikassahelp, Morgans, Joseph, Gloriosa, Gloriosa, Big Bun, we are going to claim the One Piece. Ein Frankie. Ein Frankie, das ist cool. Keine teure Altart, aber wir haben noch eine zweite Altart. Ich, äh, also. Frank, Results, nix. Und Last Pack Magic bei mir. Jetzt könnte, boah, komm, jetzt einfach so ein roter Rücken, dass man direkt sieht, dass es ein Leader ist. Das wäre, das wäre nice. Ich glaube, bei mir ist nix drin. Mal schauen. Monda, Baskerville, Vega Force One, The Gym Beam, Tony Tony Chopper, Boa Sandersonia, Slow Slow, Beam Sword, The Tanaka, Toro. Wir haben die Bonnie, bedeutet, hier ist leider nichts mehr drin. Der Völger Law und Tempest Kiss. Kick, nicht Kiss. In meinem letzten Pack. Pangen wir auf die Seite. So. Vince Moak. Der Rage. Usopp. Tony Jid. Was lachst du? Degura. Snake Dance. Keep Out. Es ist so warm drin, ey. Pickles. Das ist, weil du so heiß bricht. Drang Brief. Monkey D. Luffy. Ist das immer hinten dran so? Nein, nein. Manchmal hast du einen Leader halt. Das war jetzt eher Zufall. Und wenn du einen Leader-Fort hast, dann hast du keinen Hit hinten dran. Mann. Chate Chate Chocolade. Wir haben also insgesamt, also das war meine Ausbeute, wenn man alles sieht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Super Rares. Zwei Altart. Relativ mageres Display, wenn ich ehrlich bin. Wir zählen alles zusammen. Sind natürlich Pre-Release-Preise, aber einfach mal zu sehen, wie viel wir erwirtschaftet haben. Und dann sehen wir uns gleich zum Outro. Ja, der Lukas ist gerade wieder im Verkaufsraum. Einfach, weil wir gerade in Anführungsstrichen nur zu zweit sind. Display war okay. Sind natürlich Pre-Release-Preise. Ihr habt es gesehen, 76 Euro haben wir gemacht. Wir haben aber auch sehr, sehr mediocre gezogen. Man hätte auf jeden Fall besser ziehen können. Trotzdem ein wunderschönes Set mit sehr, sehr schönen Altarts. Schöne neuen Karten. Schöne neuen Sachen für Decks. Und auch generell neuen Decks. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Ideen habt, Vorschläge, Wünsche etc. für die neue Staffel Get Rich, die nächste Woche startet, gerne in die Kommentare schreiben. Wir lesen uns alles durch und lassen uns vielleicht irgendwas Kreatives einfallen. Wir wollen auf jeden Fall noch einen, wie nennt man das denn, einen Flohmarkt besuchen. Das wollen wir auf jeden Fall irgendwann mal noch machen. Ich hoffe, das klappt in den nächsten Wochen und Monaten. Da hätte ich sehr, sehr Bock drauf. Besonders jetzt im Sommer, wo man wirklich schön gemütlich irgendwo hinfahren kann und ein bisschen sich umschauen kann. Das wäre sehr, sehr nice. Aber ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer liken, kommentieren, abonnieren, Konto ein bisschen subtrahieren und dann herkommen und dafür Herz multiplizieren. In diesem Sinne, Bro, das war's. Sag ich, wie es ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.